Ich bin der Ralf, ich bin der Pascal und komme aus dem BMW Club Schwarzwald. Driving Experience, cool. Endlich fahre ich, ich freue mich richtig drauf. Ja, Stefan mein Name, Stefan Landmann. Ich bin Rennfahrer und Instruktor hier für die BMW Driving Experience. Tätig. Fangen wir an, fangen wir an. Sport Plus Monos einlegen getippt. Zuerst bremsen, in die Kurve hineinschauen, Auto hineinrollen lassen und damit das Gefühl rausbeschleudigen. Es ist ganz verblüchen, wie so ein Rennfahrer den Bremspunkt besetzt und wie viel er uns wegfährt. Als nächstes haben wir für euch einen Kreis vorbereitet, der bewässert ist. Seid ihr schon mal bewusst quer gefahren? Öfters bewusst. Bewusst und unbewusst. Als Unterstützung haben wir die Hinterachssperre mit dabei als Sonderausstattung. Wir machen das DSC jetzt komplett aus, damit die Elektronik nicht eingreift. Einlenken und Gasstoß. Alter, der fühlt sich richtig geil an. Jawohl, schön nach innen schauen. Innen schauen. Ja, ich leise euch. Fahnerwechsel. Versucht es schön mit dem Gas zu steuern, nicht mit der Lenkung. Jawohl. Ruft, ruft, ruft. Fährst du quer, siehst du mehr. Seid ihr bereit für die ultimative Challenge? Auf jeden Fall. Natürlich. Wir fahren jetzt Slalom auf Zeit. Schauen wir mal, wer da richtig Qualm auf die Kette gibt. Ich verliere nicht gerne, das ist ganz klar. Ich will eigentlich immer vorne mitfahren. Drei, zwei, eins. Go, 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 go. Auf geht's, hopp, hopp, hopp. Die Zeit läuft mit. Und ins Ziel mit einer Zeit von? 21,85. Jawohl. 21,19. Sehr schön. Er hat verdient gewonnen, aber es wird ein Nachspiel geben. Gratulation an dich, Ralf. Danke schön. Sauer gemacht. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Du warst natürlich auch. Danke dir. Er hat Pech gehabt. Ist so. Heute war sehr geil, es hat mir richtig Spaß gemacht. Ciao. Danke für den Tag nochmal. Gerne. Das ist mal sicher. Du bist drauf. Herzlich willkommen. Du bist bei mir dabei. Das war bei jemandem. Du bist bei jemandem. Du bist bei jemandem. Sie darfst mich nicht mit ihm. Dass du bist. einem unicorn. Du bist bei jemandem.